Hallo und willkommen zu unserem ersten Video. Ich hoffe, ihr mögt es. So, ich werde jetzt ein Spiel machen, also von HCD gegen ZSC, das Final. Und ich werde Torhüter sein, welcher nur nicht mein Lieblings-Eishockey-Torhüter ist. Und ich hoffe, es gefällt euch. Diese Liga ist in der Schweiz und ZSC wurde letztes Jahr Meister. Dieses Jahr war es HCD. So, Spiel starten. Okay, ich benutze immer die Hybrid-Steuerung, weil es die einfachste Steuerung ist. Und für mich geht es auch sehr einfach. Aber diese Steuerung macht jetzt keinen Eindruck, weil, also, ich spiele ja Torhüter. Ich hoffe, es gefällt euch. Und das Torhüter-Duell ist Leonardo Cennoni gegen Lucas Flüerloch. Ich spiele Leonardo Cennoni. Okay, dann starten wir mal. Ja, schön. Schön. Und ein Tor. 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 Guck mal, zu den. Und, und, und. Was für ein Safe mit der Maske. Mach das mal nach. Und? Ah, Mist. Was? Jetzt in die Mitte? Passt. Passt. Wie fluchtet ihr? Ach. Egal. Los. Mist. Und? Was für eine Parade. So geht das. Los. Mist. Weiß. Das ist ein Torhüter. Es geht nicht um. Egal. Die laughs und die sind die Maske. Und das ist der Torhüter. Und dann, der andere zum anderen Spieler Tasten der Wunsch. feiert zu in der Zeit durch schießt heißt es uns mit dir und das heißt jeder Tüter der Fieser und Analyse geht das Oswald's Weg gehen bei den das macht 2-1 Misten! Super! Ups! Jetzt wird er aber besser! Offenklich! Das ist ein Kombinationsspiel! In die Mitte! Und? Oh! Torhüterbehinderung! Ich dachte schon, das wäre das 2-2! Mist! Oh! Ich habe auch Glück gehabt! Und? Ah! Fast! Fast! Los! Warte! Los! Warte! Warte! Was ist denn? Äh... Oh nein! Oh ne! Was für ein 6! So, jetzt ist das Powerplay zu beende. Wir haben jetzt wieder alle Spieler wie sie und das 2 zu 2. Yeah, meine Wähler sind entweder rausgebügelt. Juppie. Oh nein, bitte nicht. Ach, was für eine Parade. Ja, das ist der alte Cynoni. Okay, 2 zu 2. Ist nicht das schlechteste Ergebnis, aber auch nicht das Beste. Ich habe 8.6 zu 6. Schauen wir mal, wo es weitergeht. Und, macht die erste Parade vom Spiel. Ein von diesem Drittel. Und, was für eine. Los, und jetzt macht das Diener und durch ein Tor. Bitte, 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 bitte. Und, 3 zu 2. Also, 3 zu 2. Da wird einfach kein Tor mehr durchlaufen. Und, 3 zu 3. Und, 3 zu 3. Los. Los. Aber, was ist das? Los, holten. Los, Bodycheck. Nein, können nichts. Spiel ist so unruhig. Spiel ist so unruhig. Ja, was ist das? Und, toi, der kann auch passen. Das habe ich gerade gemacht. Und? Nein! Mist! Los. Bitte, ganz weit hier. Nö, 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 nö. Uhhh, Glück gehabt. Pass nach vorne. Ja. Pass. Ja. Ja. Oh, nein. Ein. Echt jetzt. Los. Oh, schön gemacht schon, Noni. Uhhh, was? Wir beträglich. Das nennt man, wenn jemand hinter das Tor durchgeht und dann noch ein auf der anderen Seite einschiebt. Los. Und. Und. Dies Tor war ein Halper. Also. Mist. Man noch 3. 3. Los. Schuss. Tor. Los. Los. Ah. Ah. Oh. Mist. So gewollt. was? Was? Oh, willkommen keinen Schuss mehr. Oh, gut. 3-2-3 nach dem zweiten Rittel. Hoffe, das geht noch besser. 13 Schüsse für sie, 19 Schüsse für uns. Eine bessere Schüsse und Parade für Lukas Vierlecht, den anderen Torwart. Aber wir werden diese Spiele hoffentlich noch gewinnen. Go HZD! Los, nein, 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 nein. Was für ein Safe. Los, nein, 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 nein. Los, nein, 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 nein. Tor! 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 In der dritten Minute! Tor! Echt jetzt. Los! Los! Nein! Was für ein Cockpass! Nein, bitte kannst du die und? Uh! Nein, 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 nein! Was hier ne Parade! Los! Wie ist das? Schießtreppe früher! Oh, Bulli! Super! Ja, das war ne Glanzparonorte, leider kein Schuss! Butterfly safe! Oh, yeah! Das passt! Vorne! Du machst es jetzt alleine! Ne, ich passen! Nö, schieß! 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 Und jetzt Tor, Tor, Tor! Den Rebound muss man machen! Bitte lasse ich jetzt kein Tor mehr durch! Bitte! Bitte! Und? Oh, wieder ne Parade! Nein! Was hat das denn? Und? Und? Nee! Echt jetzt! Oh, Bulli! Wo ist er jetzt? Da! Okay! Ja, das war schon! Oh, was hier ne Parade! Und? Nö, 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 nö! Ja, ah, gut ist stabil! Los am Bill! Nach vorne! 39 Minuten und! Safe und! Oh Gott! Sein Fill und sein Safe, wirklich! Der Kommentator ist dann noch so cool und gibt ihm den besten Safe! Wies! Das und No Das echt Mist Los und Mist 2, 2, 7 Das kann nichts machen Das Notri Das ist Das ist Das ist Das ist Ich glaube, das ist nicht mal ein Tor. Okay. Ah, ist immer drin. Yehey. Wir haben geworben. Oh, oh yeah. Was mache ich? Nein. Bitte kein Tor mehr. Nein, nein, nein. Nein. Oh, ja klar, ne. Der ist ja jetzt noch eine zweite Klasse. Was auch noch gerade mit dem Bildschirm passiert ist. Yehey, gewonnen. Beat Dad. Okay. Azutel hat gewonnen. Wieder mal. Harte Reole. Okay, danke fürs Zuhören. Und Zuschauen. Gebt uns ein Like. Sonst. Sonst. Und ihr könnt uns auch abonnieren. Also. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020